Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute bin ich beim Osterberg mit Unternehmen Amazon. Sie feiern heute Ihr einjähriges Geburtstag, einjähriges Jubiläum hier am Standort in Bingen-Grolsheim. Sie wissen, wir haben hier ein großes Gewerbegebiet, Sponsheim-Grolsheim. Mittlerweile haben wir unser Gewerbegebiet fast alles vermarktet. Die letzten 20.000 Quadratmeter werden in der nächsten Zeit auch noch gebaut. Aber ich freue mich, dass ich heute Ihnen zum einjährigen Geburtstag gratulieren kann. Vielleicht erzählen Sie was, Herr Osterberg, ein bisschen was zu Amazon. Man sieht, 100% Elektro, Sie fangen an Elektroautos mittlerweile, zum Ausfahren an die Haushalte. Aber ich sage es Ihnen so. Herzlichen Dank. Wir freuen uns natürlich als Amazon, dass wir hier seit einem Jahr am Standort sein dürfen. Das Jubiläum heute wird gefeiert. Wir sind in dem einem Jahr groß gewachsen. Wir haben inzwischen ungefähr 500 Arbeitsplätze, die hier am Standort in Summe sind. Wir werden auch weiter wachsen im Laufe der nächsten Jahre. Insofern glaube ich gute Aussichten. Und ja, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns immer unterstützen, dass wir mit Themen ankommen können, die man natürlich in so einer Partnerschaft hier am Standort hat im Industriegebiet. Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam Standort, Bingen und Umgebung weiterentwickeln können. Und ich würde sagen, auch mindestens das nächste Jahr. Also vielen herzlichen Dank. Also wir freuen uns, dass wir hier zu Gast sein dürfen und dass wir hier auch eine gute Kooperation haben. In diesem Sinne, Ihr, Euer Oberbürgermeister Thomas Rieck. Vielen Dank.